Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Angezockt mit eurem Basti. Wir schauen uns heute zusammen die Retail Demo von Potentia an. Denke ich mal, dass das so ausgesprochen wird. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe ein paar Einstellungen gemacht und ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Einzelspieler-Spiel. Um die Demo genießen zu können, würde ich sagen, spielen wir als Neuling und jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Also das Spiel soll so in Richtung The Last of Us gehen. Die Regierung ist gefallen, Städte wurden verlassen. Der Rest setzt seinen Überlebenskampf fort. Und wir haben uns an die schreckliche Situation dieser neuen Welt gewöhnt. Drei Jahre später. Das sieht schon richtig geil wie The Last of Us aus. Eine verrottete, zerstörte Welt, in der wir uns irgendwie zurechtfinden müssen, denke ich mal. Ja. Komm schon, wir müssen gehen vor dem Monkroß. Sehr lustig. Ich dachte, du hast gehalten, schüttelte Blöcke? Komm schon, wir müssen gehen vor dem Monkroß. Sehr lustig. Ich dachte, du hast zu verhörteren. mit was für gegnern werden wir es hier zu tun bekommen werden uns auch zombies verfolgen okay das sind wir also ja ich habe gedacht episode 2 schon okay ich habe gedacht wir sind vielleicht können vielleicht einen charakter wählen dass nur weiblich männlich oder so sind finde den markt wir können sprinten ich habe noch gar nicht hier die richtung müssen wir wahrscheinlich dort mit c kann ich den kamerawinkel ändern okay sieht schon cool aus können sogar klettern alles klar was haben wir hier brecheisen sehr schön ok kann man damit irgendwas aufbrechen nicht wirklich begleiter überleben ok schnell auswahl haben wir auch ok kann ich nicht wirklich überlesen übersetzen sieht aus sieht russisch russisch aus vielleicht kriegen wir sogar noch aber wir kriegen noch eine pistole alles klar über das q ja nachladen ok so können wir schießen dort könnten wir hochgehen wir können wir sogar ein bisschen was was schieben ich bin ja echt gespannt mit was für gegnern wir es hier zu tun bekommen ok hat irgendwie noch geschossen können wir jetzt hier nach oben klettern wahrscheinlich wenn ich den kühlschrank jetzt hier loslassen ok warum kann ich nicht meine pistole nehmen wenn ich die nehmen möchte wir sind immer noch dort hinter wenn sie sich umsehen können die munitions munition finden die sich die ihre lebenserwartung erhöhen ja das ist richtig ist aber alles noch dort vorne gut wir gehen einfach mal weiter würde ich sagen ich hoffe doch mal nicht dass wir hier noch mit das muss hier nicht noch mit irgendwelchen gegnern erstmal zu tun bekommen ach das ist der gleiche weg ok ähm da liegen leichen das glaube ich nicht so gut ok die haben Leute erschossen ich kann mich von feinden ich kann mich feinden nähern und ok kann ich mich auch irgendwie ducken ach alles klar ok den habe ich erwischt alles klar ja nachladen die musik ist ganz schön krass hier ne ich glaube das war schon ein gegnern hier ist so viel noch drinne aber ich komme hier ja gar nicht rein oder kann ich hier die häuser vielleicht ok ich kann sogar in die häuser das ist cool interaktion hier gibt es noch ein bisschen munition sehr schön aber ich glaube äh munition ist ja auch ziemlich rar hier ist noch ein bisschen mehr munition ok wir sind immer noch dort hinter vielleicht hätte ich ja vielleicht schlagen sollen hier ist noch ein bisschen was ja schön ok wir haben neun schuss hier ist noch ein zettel zum lesen ich liebe dieses haus das haus meines vaters ich bin krank und das sind meine letzten tage ich habe eine überraschung für dich wenn du diese nachricht liest es gibt ein paar kugeln in der kirche viel glück martin hinweis neben dem kühlschrank äh neben dem kühlschrank ach so die habe ich ja schon die habe ich schon gefunden ok danke dir für die information hier ist zugebaut muss man erst mal gucken hier das ist f regeneration kit ok gucken wir mal was die dabei haben gar nichts weiter hinten ist auch noch irgendwas einmal kann ich hier drüber oh ne da das stacheldraht komm ich auch nicht oh ne miets kann ich die abschießen ne das mache ich nicht mietsen schieße ich nicht ab mietsen sind cool ok hier muss ich hin so nach oben kann ich muss aber immer noch ein bisschen munition finden das wäre cooler sehr schön naja hunde höre ich auch noch hunde sind glaube ich nicht so gut gucken wir uns mal ein bisschen um ja gibt es so viel zu entdecken eigentlich cool aber ich weiß gar nicht ob ich hier nach oben muss aber wahrscheinlich noch mehr munition das sieht wirklich aus wie eine kopie von the last of us oder so die umgebung und noch mehr munition sehr schön ziel v schieben sie den feind was zielen und v aha ok zielen und v kann ich den wahrscheinlich schlagen ne okay das war glaube ich nicht so gut meine güte den hätte ich vielleicht ähm lautlos töten sollen oder okay explosive fässer gibt es auch die granate ich habe ja noch keine granaten oder ich nehme erstmal eure ganzen sachen mit dir hier habt ok öffnen ich hätte auch oben drüber gehen können mhm munition für pistole mit f kann ich mich glaube ich heilen ja alles klar ok was haben wir hier noch interaktion da geht nur die tür auf sehr schön noch mal pistolen munition und ich könnte die aufmerksamkeit der feinde durch pfeifen anziehen da sind wir auch keine güte die haben auch alle nur pistolen dabei also ich denke mal eher ich werde hier durchrennen wie so ein shooter und nicht ähm ruhig und schleichen ruhig und schleichen denke ich mal denke ich mal okay guck mal weiter da ist ja noch irgendwo was oder vorne lag noch so viel muss aber in die richtung so cool sieht das spiel schon aus so cool sieht das spiel schon aus also da sind auch noch feinde aber hier hinten ist gar nichts wo soll ich einen anderen weg finden kann ich den nicht von hinten erschlagen wenn der sich jetzt umdreht komm geh weiter dann geht es umdreht Meine Güte. Ob ich glaube, die habe ich alle ganz gut platt gekriegt hier. Munition hat natürlich keiner von denen dabei. Und auch ein bisschen. Ich habe mich aber auch eh mal getroffen. Da hätte ich nur nach oben gekonnt. Muss ich nun weiter? Ich muss dort hinten weiter. Ach, hier ist Stacheldraht. Hier komme ich sowieso nicht weiter. Okay. Ah ja, ich beeile mich doch. 20 Meter ist irgendwas. Ich finde den Markt, sehe ich immer noch. Meine Güte. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich renne hier irgendwie ein bisschen zu schnell durch, oder? Denke ich mal. Das Wasser sieht eigentlich auch cool aus. Ich habe lange keine Munition mehr gefunden. Ich habe schon lange keine Munition mehr gefunden. So, hier komme ich nach oben. Okay, sehr schön. Aber wir gehen scheinbar nur gegen Menschen. Nicht gegen... Ähm... Nicht gegen irgendwelche Untoten, oder so. Okay, überprüfe den Markt. Das ist alles zu weit weg, ja. Ach, hier ist irgendwas. Okay, das ist ein bisschen Energie. Brauche ich jetzt aber nicht hier. Okay, da habe ich mich aber jetzt komplett vollgeheilt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal in den Markt rein und schauen mal... Okay, wo sind denn die? Dort vorne ist einer gewesen. Hier liegt Munition. Die nehme ich definitiv mit. Okay. Äh... Was ist das scheiße? Wo sind denn hier die alle hin? Shit, shit, shit. Hier ist noch irgendwo einer, der hier ballert. Dort hinten, okay. Das wehe noch. Verlassen sie den Bereich. Ne, ne, ich muss erst mal gucken, was die hier hinten noch haben, ne? Aber der hat gar nichts mehr hier. Ja. Keine Munition, nix. Hier haben wir noch ein bisschen Munition für Pistole, drei Stück. Äh, Moment, hier war noch irgendwas. Okay. Muss hier raus. Hier gibt es gar nichts drin. Hier komme ich auch nicht weiter. Und da drüber geklettert komme ich auch nicht. Sehr schön. Okay, na dann bleibt ja eigentlich nur noch der Weg hier vorne raus, ne? Also ich habe mich bis jetzt einfach nur noch hier durchgeballert. Wo muss ich hin? Ich muss dort hinter. Schrotflinte. Okay. Wurzel Reichweite. Aber ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Oh, die sind glaube ich gepanzert dort. Wenn ich das richtig sehe. So, schwer gepanzerte Gegner. So, schwer gepanzerte Gegner. Oh mein Gott. Der hat auch ne Schrotflinte gehabt. Die holen ganz schön rein. Dahinter müssen wir. Ah, die sind ganz schön schwer zu töten, ja. Okay. Verlasse den... Moment, Moment, Moment. Hier ist noch was drinne gewesen. Ne. Hier ist leider nichts drinne gewesen. Das ist mein Weg. Wir haben immer nach einem Ausweg gesucht. Danke fürs Spielen. Das war die Demo von Potentia. Und ich muss schon sagen, die hat wirklich einen richtig guten Eindruck gemacht. Ihr könnt... Richtig coole Musik sogar. Guckt euch das an. Schön. Vielleicht überlege ich mir sogar die Vollversion zu holen, damit wir dieses Spiel auch zusammen spielen können. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet beim nächsten Mal oder einen Daumen nach oben da lasst oder einen Kommentar. Also, das nächste Letztest wartet schon. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi. 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 Zombie Apocalypse. Musik 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 Musik